So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil hier aus den USA aus Michigan. Wir wollen natürlich hier auch diese vier Rennen sehr souverän fahren. Die letzten vier Wahlen, also das was gestern abgeliefert wurde, war schon sehr souverän. Und heute geht es weiter im South Branch Forest mit 4,26 Kilometern. Die Strecken sind alle so wie vier Kilometer lang. Ich habe eine Ausreise haben wir mit 6,0 Kilometern, aber ansonsten haben wir heute wirklich einen relativ kurzen Tag vor uns, wie das morgen aussieht. Und übermorgen, das weiß ich natürlich noch nicht, weil ich habe die Strecken mir noch nicht angeguckt. Ich gehe da immer ein bisschen unvorbereitet rein, aber das passt schon so. So, wir fangen mit unserem Opel Manta hier wollen wir natürlich auch wieder holen. In 12 Minuten 18 gibt es ja unsere Vorgabezeit, die sollten wir hoffentlich packen. Also daher eine kurze Rallye heute. 3,2,1, los. Links 4, durchsächt, 60. Rechts 5, rechts 6. In links 4, lang. Mach auf, innerhalb. 200, rechts 3, lang. In innerhalb, 150. Links 6, 60. Rechts 4, mach zu, überwürfe. Und links 5, links 5, links 5, links 5, überwürfe. Rechts 4, durchsächt, 60. Rechts 5, rechts 5, rechts 5, in links 6. So, ich werde relativ kurz werden. Links 6, links 6. Vielleicht eine Taka gemein heute. Und links 4, lang, 80. Und rechts 6. Und links 3, 130. Rechts 4, lang. Mach zu, innerhalb. Und links 6, nicht schneiden. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang, 80. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden. 60. Und rechts 6. Und links 3, 100. Rechts 2. In rechts 4. Rechts 5. In links 4, überwürfe. Macht auf, macht auf, 60. Rechts 6, 60. Links 6. Und links 4, lang, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 80. Links 6, 60. Rechts 4, macht zu, überwürfe. Und links 5, 200. Rechts 3. Und links 6. Links 5. In rechts 4, lang, überwürfe. Achtung. Und links 5, 2. Oh, da steht ein Auto scheinbar. Ja, hier. Oh, kurz, wir haben es nicht geschafft, auf eine Minute und zu fahren, sondern wirken. Zwei Minuten 1 haben wir gebraucht, auf 1,5. Die ist aber okay. Aufsache, die 1 leuchtet bei uns auf der Platzierung aus. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut. Rennie Nummer 6 steht jetzt an, liebe Leute. Mit 4,31 Kilometern. Auch die wird wieder sehr kurz werden. Nachher, das sind jetzt alles kurze Rennen. Geht mir bitte nach, dass die Folge heute ein bisschen was kürzer sein dürfte, als das, was wir gestern gesehen haben. Geht mir bitte nach, dass die Folge heute ein bisschen was kürzer sein dürfte, als das, was wir gestern sehen. Sollte es keine Überraschung geben. Viel Glück. 5,4,3,2,1, los. Jetzt kommen. 110, über 6,60. Vorst und außen. Links 3, nach, innen halten. 150, links 6,60. Wollte sich auch wieder gewinnen. Heute war wieder ein bisschen besseres Wetter, als das, was wir in der letzten Folgen gesehen haben, in der letzten Rennen gesehen haben. 200, rechts 3, nach, innen halten, runter. Links 3, nach, innen halten, runter. Rechts 5, links halten, über Kuppel, gleich Spur. Links 4, durch 6,60. Nicht schneiden. Rechts 5. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 60. Links 6. Und links 4, nach, 80. Über Kuppel. Links 4, nach, 150. Rechts 4, nach. Und rechts 6, 100. Links 4, über Kuppel. Rechts 6, über Kuppel, Baustelle aus, runter. Rechts 4, nach, rechts schneiden. Und rechts 6, links 6, über Kuppel, Senke, Brunner, 50. Rechts 3. Und links 6, 80. Links 4. Und rechts 6, und links 5, 60. Bis Ziel. Auch hier sind wir wirklich ohne Zwischenfälle durchgekommen. Wir fliegen gerade nur so durch die Rallye durch. Hier in den USA. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. So, der nächste 6,0 Kilometer. Jetzt ist der längste Teil heute. Jetzt ist der längste Teil heute. So, ich bin mit der Rallye fertig. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Rennen. Danke. Danke. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 6, über Kuppel, 80. Rechts 5. Und rechts 4, Fäustelle aus, 150. Rechts 3, lang, innerhalb, 200. Rechts 3, rechts 3, und links 6, in links 6, durch Senke. Rechts 5. Ein bisschen weiter rausgekommen. Und links 6, rechts 6, und 12, in links 4. Und rechts 6, links 5. In rechts 4, lang, überwählen. Und links 3. Rechts 5, rechts 1, über 5, 160. Schaf links, 60. Oh, wir haben das erste Mal Zeit verloren, diese Rallye. Kurve 80. Rechts 4, lang, rechts, Stein. Der Vorsprung war einfach über eine halbe Sekunde noch. Und rechts 6, links Stein, 200, rechts 3. Und rechts 6, rechts 5, in links 4, überwählen. Macht auf, 60, rechts 6, rechts 6, rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innerhalb, 200, rechts 3, lang, innerhalb, 100. So ein bisschen Tammels vor. Rechts 3, rechts Stein. In links 4, lang, überwählen. Und rechts 5, 60. Rechts 6, rechts 6, in links 4, lang, macht auf, innerhalb, nicht Stein, 100. Links 5, 60. Schaf rechts. In rechts 6, lang, 60. Rechts 5, links 1, überkomme, vielleicht Sprung. Links 4, durchsäge, 60. Rechts 5, links 5. In rechts 4, in rechts 4, lang, überwählen. Und links 3, 150, rechts 3. Was? Ich hatte einfach gerade, äh, so jetzt. Links 5, 60. Rechts 4, durchsäge, mittig halb, überwählen. Das ist sogar das längste Rennen hier heute. Links 6, nicht Stein. Und links 4, lang, 80. Und rechts 6. Und links 3. Und links 3, nach, 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 innerhalb, 100. Links 5. Und links 4, lang, überwählen. Und links 3, 150. Rechts 3, lang, innerhalb, 100. In links 6, durchsäge. Rechts 5. Und links 6, 150, bis Ziel. So, den Teil aber auch, okay. Schaffen wir einmal kurz rot. Aber wir versuchen das nochmal, denn sind es noch 23 Sekunden. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. So. Dann geht es jetzt glaube ich ins letzte Rennen oder so Müsste jetzt eigentlich das letzte Rennen sein, ne? Ja, perfekt Wunderbar, 4,42 Kilometer, ich stehe nochmal jetzt an Und dann sind wir durch Für heute, zumindest auch in den USA Den ersten Teil quasi Oh, jetzt zeige ich den zweiten Teil der historischen Super Serie, dann geht es morgen nach Wels Da immer sind wir mit 4,4 Und dann sind wir dann auch mit dieser Serie durch Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung Verdienen wir uns einen besseren Ruf 5,4,3,2,1, los Links 6, überruppen, senken, 150 Ja, auf geht's Rechts 3 Und links 6 Rechts 5 In links 4, überruppen, macht auf 60, rechts 6 Links 5, 60 Rechts 4, durchsenken, mittig halten, überruppen, links 5 Links 5, 60 Rechts 4, durchsenken, Frosten, innen, mittig halten, überruppen, links 5 Links 5, 50 Rechts 3, rechts, rechts 3 Lang, innerhalb, 100 Links 3, lang, innerhalb, 100 Rechts 3, nicht steigen Ah, wirklich so schön, weil da könnten wir ziemlich bilden Lang über rechts und rechts 500, links 4, und rechts 6, und links 5, 60, links 4, und rechts 6, und links 5, 80, rechts 2, in rechts 4, 80, links 6, 60, rechts 4, macht zu, über 100, und links 5, links 5, rechts 4, lang über rechts, rechts 3, rechts 3, rechts 3, in rechts 4, lang über rechts, rechts 3, in rechts 4, lang über rechts, rechts 4, in 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 rechts So, ich muss jetzt rechte Melle kommen, sie ins Ziel. 27 sekunden wir haben es so gut wie perfekt den usa einmal kurz rot das war gelb war vorigen rennen ansonsten haben wir das sowas von zu bringen von uns haben wirklich alle abschnitte dominiert eine ziemlich perfekte rallye muss man sagen hier war das 1 passt hatte ich schon lange nicht mehr gut und die strecke aus welt sehen wir uns ab morgen bis dahin oder wieder sehen bei let's play dort ja